Hallo, ich bin Horino-Ji, der Ambassador von Japan in Niederland. Wisst ihr, dass unser Ambassador in Den Haag ein Kultur- und Information-Center hat? Laten wir jetzt mehr über Wartelland sprechen. Unser Kultur-Centrum ist elke Werkdag open. Es befasst viele Dinge, zoals CDs, DVDs, Testschriften und eine große Kollektiebüche über Japan oder von Japanischen Schrijvers in Niederland, Engels und Japans. Alles kann gratis geregelt werden für zwei Wochen. Ihr hofft allein mal ein Formulierinterviewern. Bei Verbrauchern der Raumte auch für kulturelle Workshops und Präsentationen. Und ihr könnt gratis japanische kulturelle Items lernen, so als Poppen, Wohlwerden von Eten, Van Wax, Kimonos, Happy Yashes und mehr. Für non-profit-evenementen, so als ein Japandag aufzuholen. Für mehr Informationen und Anmelden, nehmt ein Kekker auf unsere Ambassador-Webseite. Als ihr Interesse habt in ein von dieser Optis, kommt dann eins langs in uns kulturelle Zentrum. Wir kijken er nahe aus. Jetzt war er willkommen. Dankjewel. Dankjewel.